Hallo liebe Freunde und willkommen zu einem kleinen Update-Video. Und zwar habe ich ja jetzt vor kurzer Zeit mal gesagt, ja ich bin jetzt in der Prüfungsvorbereitung und so weiter und kriege das mit den Folgen momentan nicht hin. Ich habe es jetzt tatsächlich geschafft mal so ein bisschen, ja ein paar Aufnahmen zwischen rein zu quetschen, sage ich jetzt mal. Und habe jetzt tatsächlich genug Folgen aufgenommen, dass bis zum, boah, naja bis Mitte Mai ungefähr jetzt auf jeden Fall jeden Tag wieder eine Folge kommen wird. Und danach geht es dann auch wieder regulär weiter, das heißt, ja ab sofort läuft alles wieder normal. Allerdings kommt vorerst nur Deus Ex Human Revolution und danach der DLC, weil ich momentan für ein anderes Projekt noch keine Zeit hatte. Aber ich habe jetzt Deus Ex komplett durch und den DLC natürlich auch und es läuft jetzt erstmal in nächster Zeit. Ich hoffe ihr verzeiht, dass Fallout und alle anderen Projekte noch ein bisschen pausieren müssen. Aber sobald Deus Ex durchgelaufen ist, kommt dann auch wieder Fallout, vielleicht auch schon ein bisschen früher, je nachdem wann ich halt zum Aufnehmen komme. Und dann starten natürlich auch wieder einige andere Projekte. Dazu wird es aber nochmal ein separates Video geben, ein kleines Update-Video wie dieses hier. Und ja, da freue ich mich natürlich schon ganz besonders drauf, auf die Zeit endlich wieder ein bisschen Zeit zu haben, richtig schön zu produzieren. Ja, auf jeden Fall vielen Dank an alle, die natürlich auch weiterhin meine Videos gucken, mit Fiebern, was denn so alles passiert in den verschiedenen Spielen, in den verschiedenen Projekten. Und ja, an alle natürlich auch, die trotz der langen, ja relativ langen, sagen wir mal, Pause von Videos, oder wo Videos nur selten gekommen sind, weiter am Ball geblieben sind. Ja, vielen Dank an dieser Stelle und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, euer Fennek. Ciao.